Hallo Leute, ich bin Ultimate SpamDash und ich zeige euch heute, wie man Waffen in Warframe korrekt moddet. Wenn ihr eine Primärwaffe moddet, solltet ihr zuerst feststellen, ob es sich um eine Crit-Waffe handelt. Wartet außerdem, dass ihr diese Tipps mit einigen Anpassungen auch bei Schotfinden anwenden könnt, ich aber nicht ins Detail gehen werde. Bei Primärwaffen kommt zuerst immer Einkerbung für bis zu 165% mehr Schaden. Anschließend folgt Geteilte Kammer. Geteilte Kammer gibt euch eine 90%ige Mehrfachschusschance, das heißt ihr feuert zusätzliche Projektile ohne Munitionsverbrauch. Im Prinzip habt ihr 90% der Zeit doppelten Schaden, einschließlich Critz und Statuschance. Bei einigen Waffen kommt noch Schweres Kaliber hinzu. Schweres Kaliber kann als eine Art zweite Einkerbung funktionieren, verringert aber eure Genauigkeit. Diese Mod verwende ich daher nur bei Waffen, bei denen es keinen spürbaren negativen Effekt hat. Zu diesen Waffen zählen die Ignis, die Opticure und die Amprex. Crit-Waffen brauchen zusätzlich noch Scharfsinn für Crit-Schaden und Punktangriffe für Crit-Chance. Da Crit-Waffen immer 4 und manchmal sogar 5 essentielle Mods haben, ist es etwas schwieriger, sie zu modden. Als nächstes kommt eure Element-Kombo. Diese besteht immer aus mindestens zwei verschiedenen Elementen und eventuell einem dritten Element. Beachtet, dass die Elemente in der Reihenfolge kombiniert werden, in der ihr sie einbaut. Native Elemente werden immer zuletzt eingefügt, außer ihr habt die entsprechenden Element-Mod installiert. Wenn ihr die Dual-Stat-Version eines Element-Mods besitzt, könnt ihr sie entweder anstelle der Standard-Version oder neben ihr verwenden. In letzteren Fall stärkt dies die Element-Kombo. Für mich ersetzt dies manchmal das dritte Element. Die Element-Kombo hängt davon ab, gegen wen ihr kämpft. Ich verwende meist meine Volt-Kombo, bestehend aus Korrosion und Eis. Die übrigen Slots verwende ich für Mods, die die Lebensqualität erhöhen. Dazu zählen Schnellauslöser, schnelle Hände und auch Metallbohrer. Bei Crit-Waffen verzichte ich meist auf die dritte Element-Mod, um noch einen dieser Mods einbauen zu können. Besonders, wenn ich bereits schweres Kaliber nutze. Ihr könnt entweder versuchen, Stärken auszubauen oder Schwächen auszumerzen. Die meisten, wenn nicht alle Waffen, profitieren außerdem von Durchschlag durch Metallbohrer oder Zerfetzen. Sekundär-Waffen verhalten sich ähnlich, jedoch gibt es hier immer drei essentielle Mods. Von Nissenstich, Laufstreuung und tödlicher Schwall. Hier habt ihr gleich 180% Mehrfachschutzchance. Das heißt, ihr feuert immer doppelt so viele Projektile und habt 80% der Zeit sogar drei. Wir fallen keine Crit-Secondaries ein, abgesehen von den recht neuen Axomati, aber hier gilt das gleiche wie bei Primärwaffen. Ebenso bei der Element-Kombo und den Lebensqualitäts-Mods. Nachkampfwaffen verhalten sich wieder etwas anders. Als essentielle Mods sehe ich hier Druckpunkt, Raserei und verdorbener Schlag. Es gibt nicht wirklich Lebensqualitäts-Mods. Das heißt, nach eurer Element-Kombo könnt ihr die physischen Schadensarten weiter ausbauen. Einige Waffen, wie die Orthos Prime, profitieren besonders von der Mod-Reichweite. Überlegt euch auch, ob ihr Lebensschlag verwenden wollt, um eure Gesundheit im Kampf aufladen zu können. Beachtet aber, dass ihr dazu in den Nahkampfmodus gehen und kanalisieren müsst. Für Crit-Waffen gibt es auch noch Berserker, welcher bei einem Crit eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Diese Mod empfehle ich zusammen mit gearteter Strahl ab einer Crit-Chance 22, eventuell schon bei 15%. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich, bei solchen Waffen ist Berserker absolut großartig. Auf diese Weise könnt ihr die meisten Waffen modden. Ausnahmen gibt es vor allem bei Waffen, für die es einzigartige Mods gibt, wie geworfenen Nahkampfwaffen oder Waffen, für die es spezielle Syndikatsmods gibt. Ich behaupte nicht, dass das die besten Builds für alle Waffen sind. Aber damit solltet ihr praktisch alles, was euch das Spiel entgegenwirft, schlagen können, bis ihr in den Bereich kommt, für den das Spiel nicht mehr gebalanced ist.